Darararaa, lasst uns ein paar Menschen einfangen. Für einen Buo-Kerlen werden meine Käufer Säcke voll Gold bezahlen. Euer Volk wird schon bald auf meinem Marktplatz zum Verkauf angeboten werden. Trinkt in diese Festung ein, twörtet die Schwachen und legt den Rest in Können. Meine Männer sind müde vom Arbeiten. Zeigt sie durch eine Schlacht aufzuwecken. Schon bald werdet ihr mein Sklave sein.